Der Krieg Das ist jetzt 30 Jahre her. Seitdem bin ich unterwegs. Unsere einzige Hoffnung liegt in meinen Händen. Manche würden alles tun, um es zu bekommen. Ich werde alles tun, um es zu beschützen. Wage es nicht, mich anzufassen. Okay, du willst das auf die Harte zurück. Wage es nicht, mich anzufassen.